ich sag's euch leute die schweizer ist eine geile waffe die schweizer ist eine geile waffe ich sag's wie es ist ich sag's wie es ist würde ich sagen zum ziel vor oder sein wie superintens einfach holy shit mama mia auf einmal hat keiner mehr ton von sich gegeben beide übelst reingeswettet ist er noch da die auf jeden fall gefeiert wo ich mir eine drohne ja ich hole mir eine drohne tja selbst schuld aufgepasst ja der hat halt ein schofi drauf ne der kollege hat halt ein schofi drauf das ist halt ärgerlich das habe ich nicht mal gesehen ein Eikaramba, ne? Eikaramba. Nice. Und das ist die Rache, die gibt. Das ist die Rache. Ne, finde ich gut, wie er wieder in meine Richtung gefahren ist. Überhaupt nicht suspekt. Äh, sobald einer tot ist, lieben wir die Lobby und scheiß drauf gehen ins nächste Duell. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Ich habe leider zu... Ich habe eine Platte angesetzt. Ich glaube, ich kriege ihn gar nicht mehr. Ich hatte eine Platte angesetzt. Ich habe ihn doch noch. Das ist fucking so. Normalerweise, wenn man eine Platte ansetzt und dann abbricht, um den Prezi zu machen, so, das ist diese Millisekunde, die fehlt, um die Leute tatsächlich mit dem Prezi zu finishen. Ich hatte Glück. Immer Unglück, sagen wir es so. Jo, moin. Das Glas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Letzte Mission fahrt. Lol. Wieso hat der mich nicht gefinisht? Ja, das ist halt schon wieder low, ne? Setze die Mission fort. Let's go. Wenn man mit der Cold War Stipe angeschossen wird, Digga, du triffst nichts. Du triffst legit nichts. Aber... Fahrer rettet. Aber... Nichtsdestotrotz... Nichtsdestotrotz, Freunde... Ähm... Was soll ich sagen? I don't know. Vergessen. Scheiße Hund drauf. Dann halt so. Ihr tut, als wäre ihr hier unverwundbar. So, weißt du? Aus einem kleinen Pipifax-Dach, ihr Bild. Drohne erreicht Einsatzgebieten. Du verlierst am Boden. Hm? Hm? Sorry. Ich hab ein bisschen schnupfen. Zone ist ja doch noch viel zu groß, Mann. Fünf Leute. Ja, ich könnte jetzt noch einen Drop nehmen, das weiß ich. Let's go! Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone beschränkt. Ich könnte noch einen Drop nehmen. Ah, Digga, kein... Oh, Gott, Digga. Ich hätte meine Zone sogar... Oh, ich hätte mein Haus behalten können. Hm? Ja. Der Stick. Mama Mia! Das geht hier, figur. Okay. Lass es knacken. Lass es knacken. Oh, let's fucking go. Bruder, das war mal unfassbar knapp an der Stelle. Der holt mich noch fast, Bruder? Was bist du für'n Gott? Was bist du für'n Gott? Nicht. Really? The fuck? Was? Digga, ich bin der Herr der Prezis, Alter. Prezi hier. Hier noch ne Prise Prezi da. Ich hab' so'n präzise Präzisionsluftschläge. Mama mia. Jaja, ich seh' schon die Kommentare. Nice hack, Digga, du weißt ja, wo die Gegner sind. Die laufen da doch rein, da kann ich doch nichts für, Digga. Ich hab' den random auf'n Haus gesetzt, das irgendwo in der Zone sah. Wahr. Ich bin der Gott der Prezis. Scheiße, Bruder. Hör' mir bloß auf. Hör' mir bloß auf. Hör' mir bloß auf. Wie random. Wie unfassbar random ist das? Wie unfassbar random ist das? Mohaus. Wie momentan, Kai, du weißt ja ta, du weißt ja. Marco hasbraut.